Das gefällt mir, der Mechaniker-Tschutte. Das passt schon. Ich kümmere mich ums Anschnallen, ums Gut Sitzen. Hat auch gut gemacht. Du kannst loben dafür. Danke. Alles klar. So. Bis später. Die Strecke muss man aber auch echt kennen. Die Strecke muss man aber auch wirklich kennen. Als normaler ist ja... Da muss er wissen, was die tusten. Sonst hast du verloren. Genau. Das ist auch nicht ganz gut mit Kürbeln. Aber du musst ja Bling Einfahrt und du musst wissen, was passiert. Wenn du dann den Schein hier machst und dann Bling anfährst und es wird gewinnt. Also anfangen kann es hier jetzt an. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Sehr, sehr geil. Vielen Dank. Mega. Machen wir mal ein bisschen zu, ein bisschen Lüftung heran. Also, hier kriegt das eine Strecke heran, ne? Das ist in der Höhe. Hier geht es auch sozusagen ganz ruhig. Herrlich. In der schönsten Strecke, es kommt wirklich mal das Wacke, dass alles klappt. Das ganze Auge liegt sicher. Da muss man hier wunderbar, bis später, wenn wir von der Döttinger Höhe kommen, dann habe ich so 220, 230 an und da kommt drunter. Das ist eine alte Box. Ach so, ja. Es gibt noch viele Strecke. Es gibt einen Atzenbach-Bug hier. Da sieht man dann die ganze... Ja, genau. Und die haben wir noch mal ganz andere Reifen und Hüb-Niveau, ne? Die haben auch riesige Reifen drauf. Ja. So. Jetzt kommen wir zu Zugplatz. Erstmal dann irgendwann langweg hoch. Wenn wir noch schließen, das ist der Hammer, ne? Herrlich. Das ist ein bisschen spät. Jetzt. Tschüss. Jetzt ist er区 Wacke. Es ist gut. Oh, echt? Ja. Wacke. Soll das mich endlich mal wieder durch. Da weiß ich mich, dass wir jetzt noch mal wiederholen. Bis dahin sindl. Ja, komm jetzt hier? Soll ich mich nicht mehr wieder so ab. Ich bin wieder Louis-Locker, aber aufzunehmen. Haha! Na klar! Aber du kennst den Ring ja! 12.000 km, unfassbar! Von daher weißt du ja, was kommt! Ja! Ich meine, das ist ja wichtig! Du merkst ja immer, du klingst so vorne, du konntest nicht schwer zu vorne raus, ne? Die neuen Raten, du merkst schon, du merkst nicht mehr da oben! Ja, merkst du schon, wenn die älter werden, ne? Ja! Du weißt ja, wie du sieND hast! Dimmst du Krim, ey! Die Krim nicht der Norte, sie wollen jetzt nicht alles, aber noch was ihr habt ihr? Ja! Ja! Wie ist es hier? Wo geht es dann mit ihr? Es ist nicht so, Ja! Wie ist das in der Nähe? Ich weiß nicht, dass du siehst. Die Krim nicht hast du keine Lust. Richtig, wenn's dir anzuhältst. Danke. Bis dann. Vorsicht selber, der Ruheteppich richtet in der Hecke oder so. So schlimm bin ich doch gar nicht. Jetzt sind sie ja gesteig. Hier kommt man sehr spät rüber. So geil, sehr spät. Ja. So. 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 So.